Ich habe mich schon immer für neue Musik interessiert. Schon im Studium fand ich das einfach spannend. Ich hatte auch Lehrer, die das gefördert haben. Und dann war einfach diese Wahl zwischen dem, das zu machen, was alle machen, und das zu wiederholen, was schon tausendmal gespielt worden ist, oder eben die neuen Sachen. Es sind immer neue Entdeckungen, entweder stilistischer Art oder eben jetzt speziell auch, quasi wenn jemand wie Herr Biro, der Musiktheoretiker ist, so bestimmte Ideen hat von neuen Klangräumen, also dann ist das, lad mal wieder was dazu, ja, das ist einfach sehr spannend. Das Spannende ist einfach, dass ich mein Instrument entdecke, neu entdecke, in eine völlig andere Richtung entdecke, wie andere Leute im Orchester das spielen würden. Man muss keine Kompromisse machen, man kann wirklich diese Musik so spielen, wie sie auch gedruckt ist und gewollt ist. Man kann was entdecken, ja, man muss einfach eingeführt werden. Also es muss jemanden geben, der einen an der Hand nimmt und auch hinführt.